König Schatz ist an Krebs erkrankt. Vor wenigen Wochen unterzieht sich der Monarch einer OP an der Prostata. Dabei stellen die Ärzte eine Form von Krebs fest. Das bestätigt der Buckingham Palace am Montag. Während der kürzlichen Krankenhausbehandlung des Königs wegen einer gutartigen Prostata-Vergrößerung wurde ein anderes Problem festgestellt, das Anlass zur Sorge gibt. Anschließende diagnostische Tests haben eine Form von Krebs festgestellt. Der König begibt sich bereits in Therapie. Seine Majestät hat heute ein Programm regelmäßiger Behandlungen begonnen und die Ärzte haben ihm geraten, während dieser Zeit keine öffentlichen Aufgaben wahrzunehmen. Unterstützung bekommt das royale Oberhaupt in dieser schweren Zeit von seiner Familie. Prinz Harry reist extra aus den USA zu seinem Vater nach Großbritannien. Auch seine Frau Camilla steht dem König bei seinen Behandlungen zur Seite. Trotz der Diagnose bleibt Schatz optimistisch und freut sich, seinen Aufgaben wieder nachzugehen.